Herr Meier baut Bedieneinheiten, die in der Industrie, der Medizintechnik und in Verkaufsautomaten eingesetzt werden. Für sein neues Gerät kommt nur eine moderne Bedienung in Frage. Display mit Touchscreen. Aber wird das auch unter seinen Anforderungen sicher funktionieren? Für die Auswahl der passenden Komponenten fehlt ihm jedoch das nötige Know-how. Und dann ist da auch noch die Montage. An wen soll sich Herr Meier wenden? Bei Highline ist er genau an der richtigen Adresse. Denn individuelle Beratung wird hier großgeschrieben. Herr Meier beschreibt in einem persönlichen Gespräch das Einsatzgebiet und die Funktionen seines Gerätes. Welche Anforderungen werden an die Bedieneinheit gestellt und wie passen sie in Herrn Meiers Budget? Highline bewertet die Anforderungen von Herrn Meier und wählt diejenigen Komponenten aus, die am besten passen. In einer ausführlichen Beratung stellt Highline Herrn Meier die Komponenten vor. Herr Meier kann sich auf die Auswahl der Spezialisten verlassen und erhält seine fertig montierte Systemlösung. Fehlt nur noch das Feintuning. Highline passt die Touchfunktion an, damit Herrn Meiers Gerät reibungslos funktioniert. Herr Meier ist begeistert. Und nicht nur das Ergebnis spricht für sich, sondern auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Highline bietet für jede Anforderung die perfekte Lösung. In den unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Profitieren auch Sie von unserem Know-how und machen Sie es wie Herr Meier. Rufen Sie uns einfach an.